Das Ende des Leidens Meine Lieben, was ich jetzt sage, zählt allerdings nur vom höchsten losgelösten nirvanischen Standpunkt aus, den wir zumindest theoretisch in Betracht ziehen könnten oder sollten. Was ist das Ende des Leidens? Nun, das Ende des Leidens wäre an sich das Ende der Vergänglichkeit. Denn es gibt ja kein anderes Leid als das Leid der Vergänglichkeit. Das, woran wir haften, im Besonderen unser Körper, ist vergänglich, wir klammern weiter, er wird uns entzogen, das Verlangen danach manifestiert sich in einem neuen Keim und wieder kommen wir auf die Welt und wieder klammern wir uns an Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken beziehungsweise an das Gerät, das uns dies ermöglicht, nämlich den Körper. Die sogenannte Persönlichkeit. Dieser Name ist apropos, denn Persönlichkeit kommt vom lateinischen Persona und heißt Maske. Wir umgeben uns also mit und klammern uns an diese vergängliche Maske, durch die wir Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken können. Was wäre das Ende dieses Leidens? Von dem Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken frei zu sein? Nun werden 99,99999% aller Menschen auf Erden sagen, ja das will ich doch gar nicht. Ich will doch sehen, hören, fühlen, schmecken, Tasten, Denken. Das sagen sie aber vor allem, weil sie nicht wissen, dass es da noch etwas anderes gibt, nämlich das, wo sie herkommen, das Ende des Leidens oder besser gesagt das Leidlose. Aus dem Leidlosen stürzen wir uns immer wieder in das Leid, weil es uns verlangt nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, all dies natürlich Eigenschaften der Materie, von der dichtesten bis zu der verfeinertsten, feinstofflichsten kann man sagen. Wenn wir uns lösen von alledem, sind wir dem Leiden entkommen. Wir sind ja nicht verschwunden, wir sind ja nicht zerstört, sondern wir wollen nur nicht mehr sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten. Wir beschmutzen uns nicht mehr mit diesen vergänglichen leidvollen Beilegungen. Das wäre, meine Lieben, die Absolutheit. Wie erreichen wir das Leidlose? Man kann es nicht oft genug sagen, indem wir den dürstenden Willen nach den fünf Haftensgruppen überwinden, vernichten. Was sind die fünf Haftensgruppen? Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Gemütstätigkeit und ja sogar das Bewusstsein. Denn die ergeben ja in ihrer Verbindung unsere Persönlichkeit. Die können wir auch nennen Körper und Geist. Nach der Lehre des erhabenen Buddha ist auch der Geist nichts weiter als ein verfeinertes, körperliches, materielles. Also ist da noch etwas anderes und das ist die wahre Wesenheit, die wir aber nicht definieren wollen, nur insofern, als wir sagen, und da sind wir auf der sicheren Seite, was sie nicht ist, womit wir uns nur aus Unwissenheit und Verlangen identifizieren, wonach wir streben, wonach wir lüsten und was uns immer wieder entrissen wird. Dies entsteht, meine Lieben, durch den dürstenden Willen, Tanha. Jeder Unwissende in der Welt, vom Mineral über die Pflanze, zum Tier, zum Menschen, ja, zu den höchsten Engeln, ist erfüllt von dem Willen, vom Durst, der ihn in die entsprechende Ebene katapultiert, mit Sicherheit wiederkommen lässt. Aber auch in den höchsten Himmeln, wird er feststellen, findet eine Vergänglichkeit statt. Wir erhalten, meine Lieben, hört bitte gut zu, den falschen Schein, als ob wir die Persönlichkeit sind. Der dümmste auf der Welt, der größte Tölpel, ist der, der glaubt, er wäre diese Persönlichkeit. Er klammert sich an etwas, was für ihn zum Mörder wird. Denn der Teil seines wahren, zeitlos ewigen und sterblichen Wesens, der noch erfüllt ist von Unwissenheit, klammert sich an diese materielle Welt und dieser Teil wird ermordet, wenn der vergängliche Körper vergeht und er vergeht, meine Lieben. Lasst euch keinen Bären aufbinden vom ewigen Leben im Himmel. Das gibt es nicht. Wir können nur eins tun, uns lösen von diesen vergänglichen Beilegungen, falls wir es so wollen. Wenn wir es nicht wollen, sollten wir wenigstens klug anhaften, nach der Lehre des Buchs des Lichts nur Gutes tun und uns wird dann auch nur Gutes widerfahren. Natürlich werden uns die Vehikel, mit denen wir auch das Gute erfahren, wieder entrissen, sodass unterm Strich das Leiden bleibt. Wie können wir diesen falschen Schein überwinden, dass wir in unserer Persönlichkeit bestehen? Wir müssen ihn, wir können ihn, wir dürfen ihn zerstören, indem wir den Anata-Anblick annehmen. Also Anata heißt nicht das Selbst. Ich konstatiere, ohne dass ich mich einen Fleck weg bewege, von der physischen materiellen Welt, dass wir hier das Unsterbliche finden können, indem wir uns vom Sterblichen lösen. Der Anata-Anblick ermöglicht es uns, wenn wir meditativ alles betrachten, inklusive unseren eigenen, sich ständig verändernden Körper, ermöglicht es uns, dass unsere Persönlichkeit für uns als etwas Fremdes ist. Ja, es vergiftet uns, es ist unser Mörder. So können wir das anschauen. Das ist eine ganz andere Sachlage, meine Lieben. Wenn wir das konsequent in der Meditation tun, dann, und zwar nach und nach, nicht auf einmal, sonst kommt eine Selbstentzweihung des Willens zustande, die bis zum Irrsinn gehen kann. Meine Lieben, wenn man die oberste Stufe einer Treppe will, dann nimmt man am besten Stufe für Stufe. Ja? Also der Anata-Anblick ermöglicht es uns, dass unser Durst nach der Persönlichkeit, nach dem Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, nach dem Körper, nach der Empfindung, der Durst nach der Wahrnehmung, nach der Gemütstätigkeit und dem Bewusstsein, was wir so als Persönlichkeit nennen und wie gesagt, auch als Körper und Geist, dieses Anhaften. An diese vergänglichen Gruppen können wir überwinden, diesen Durst nach dieser Persönlichkeit. Das geschieht durch Seelenatemmeditation und durch die Lehre. Und dann schmilzt das weg, dieses dürstende Wollen. Und dann wissen wir, ich bin losgelöst von dem, was ich essentiell nicht bin, woran ich mich nur aus Unwissenheit und Durst, Trishna, Sanskrit, Tannha geklammert habe. Ich bin frei. Das, meine Lieben, ist der wahre ewige Friede, der uns immer am Grab vom Pfarrer gepredigt wird, wenn wir in den Sarg gelegt werden. Ewiger Friede bedeutet zeitlos ewig, liebe Pfarrer und Priester und Päpste. Nicht etwas, was einen Anfang hat und kein Ende. Sowas gibt es nicht. Was einen Anfang hat, muss ein Ende haben. Was entsteht, muss vergehen. Wir brauchen, meine Lieben, Jnana Dasanam. Das ist der Anata-Anblick. Das ist das Erkennende schauen. Neutral, frei von Gefühl, frei von allem, wie ein Spiegel. Erkennen wir das Vergängliche und erkennen, dass wir das doch gar nicht sein können, sonst wären wir uns ja der Vergänglichkeit der Veränderung gar nicht bewusst, meine Lieben. Wenn wir so die Persönlichkeitskomponenten, die sich Verändernden, die Vergänglichen anschauen, mit klarer, starker, gesunder, achtsamer Erkenntnis, dann sehen wir plötzlich, das bin ich ja gar nicht. So wie man auch nicht die Jacke sich anzieht und wieder auszieht und dennoch verbleibt. Das ist die Lehre des Erhabenen. Das ist die Lehre des Buchs des Lichts. Das ist die Option, die uns gegeben wird. Entweder Nirvana oder immer wieder kommen, immer wieder reinkarnieren. Wer immer wieder reinkarnieren will, der möge sich wenigstens richtig verhalten und dann wird er immer wieder glücklich geboren, lebt glücklich und stirbt glücklich und so weiter. Meine Lieben, wer diesen Prozess nicht mehr will, der soll gut zuhören. Und ich meine damit nicht, dass er zerstört ist. Er erlebt diesen Prozess der Unzufriedenheit, der ständigen Nichtwillensbefriedigung, nur nicht mehr. Er hat also ewigen Frieden, zeitlos ewigen, anfangs- und endlosen Frieden. Dann erkennen wir den falschen Schein, dem wir angehaftet sind. Wer so denkt, denkt richtig. Dieses Denken führt zum Ende des Denkens. Es ist ein Floß, das uns auf die andere Seite des Ufers bringt, des wilden Lebensflusses. Und da verlassen wir das Floß. Das heißt, in der Meditation lösen wir uns sogar vom Denken. Frei vom Denken und den quälenden Gedanken erkennen wir die Wahrheit des afrikanischen Sprichwortes, das Denken ist das Grässlichste. Vor allen Dingen, meine Lieben, ich kann es nicht verleugnen und ich kann es nicht verheimlichen. Wenn man seinen Erkenntnisdrang oder seine Erkenntnisfähigkeit nur dazu benutzt, um etwas in der Welt zu erlangen, was einem ja doch wieder entrissen wird. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ihr könnt alles in der Welt sein und werden, denn es gibt gar kein Sein. Es gibt nur ein Werden, ein sich ständig veränderndes. Ihr könnt also alles werden in der Welt, weil ihr nichts von der Welt seid. Denkt mal darüber nach. Ich liebe euch alle.